Es ist überall Gewitter. Wenn das Flug noch nicht will, ist der linke Alternator ausgefallen. Ich bin jetzt auf dem Flug von dem McKellar Airport. Unsere Destination genau zwischen zwei Zellen eingebettet. Heute geht es sehr früh los. Oshkosch ist vorbei. Ich konnte nicht mit dem eigenen Flugzeug den Fly-In, den Fiske-Approach machen. Weil ich einen Left-Alternator-Ferber hatte. Da habe ich zum Glück eine tolle Werft gefunden. Tennis Aircraft Service von Paul Neu. Der dann trotz absoluter Arbeits- oder Arbeitsbelastung mich dazwischen genommen hat. Und das Problem fixen konnte. Jetzt muss ich auf jeden Fall früh rauchen, weil die Gruppe fliegt heute von Oshkosch nach Montreal. Ich muss runter nach Memphis, ein Stück weiter am McKellar Airport, die Columbia abholen. Und dann geht es die 980 nördlichen Meilen in einem Rutsch, dank Rückenwind, auch nach Montreal, wo ich dann heute Abend abkommen werde. Wo ich meine Repertate Columbia abgeholt habe. Ich bin nach Montreal und dank einem heftigen Rückenwind hätte der Sprit auch gereicht. Und wenn man hier schon links und rechts sieht. Genau, ich zeig das mal eben. Auf dem ADS-B. Hier sind überall Gewitter. Hier sieht man auch schön. Wo wir da gerade dran vorbeifliegen und wie das auf dem ADS-B aussieht. Und auch, dass wir laut dem ADS-B fast genau drin sind. Da sieht man auch Glitze. Wenn man sich schon ein bisschen weiter gewandert hat, da sieht man, man darf sich darauf nicht verlassen. Sondern das wirklich nur nutzen, dass man auf sich kontaktiert hat. 340, Mike, contact Center 125, 0.85. 1340, Mike, 125, 35. 35, 85. 25, 85, 1140, Mike. Center, good day. Columbia, 1340, Mike. Passing altitude 12700, climbing flight level 21000. Sir, 1340, Mike, contact Center, hello. Ja, auf jeden Fall war das einer der Gründe unterwegs, dass ich vielleicht mehr Strom brauche, weil ich ausweichen muss. Aber auch in Montreal, das zeige ich hier auf dem iPad mal eben. Das ist das Problem, dass hier oben gerade in Montreal ein Gewitter steht. Oder ein Einwandrad. Hinter sieht zwar gut aus, aber wenn man sich dann zusetzt... ...und das ist der Altimeter, Route 2998. Alright, 16000, 980, Westigel. Der Resto, UTC 23 gelandet. Eigentlich sollte es durch sein, aber... ...daraus wollte ich mich nicht verlassen. ...und mit vollen Tanks entsprechend fliegen. Dann komme ich lieber etwas später... ...an, aber dafür sicherer. Ja, wenn es Neuigkeiten gibt, insbesondere zum Wetter, melde ich mich wieder. Ja, da habe ich gerade einen Traffikhinweis bekommen. Steigt, man sieht es hier auf dem iPad. Wolf, Alpha, Juliet. Vor mir hoch. Mal schauen, ob man sie erkennt. Ich habe sie noch nicht in Zeit. Noch eine kurze Info, was eigentlich an der Columbia war. Wenn das Flugs noch nicht will, ist der linke Alternator ausgefallen. Ich habe ihn auch nicht recycelt. Also habe ich ihn deaktiviert und mit dem Cross-Tee den linken Flugs mit dem richtigen Alternator versorgt. Wer nicht will, will mit einem lokalen Mechaniker festgestellt, dass keine Erregerspannung ankommt. Das war die Vermutung, dass es am Regler lag. Dann habe ich eine sehr gute Werfte in Tennessee am Airport organisiert. Paul New und der hat das dann bzw. der Mechaniker von ihm, weil er war dann auch in Oshkosch, herausgefunden, dass es nicht am Regler liegt. Weil die haben den linken und rechten getauscht, das Problem war immer noch, sondern am Bioring war wohl ein Kabel mit einer Platte und einem Ring, mit einer Schraube befestigt war, eingebrochen oder nicht mehr korrekt befestigt. Und das wurde dann repariert, war allerdings Zeit, auch wenn ich das zu... Das wäre eine sehr kleine Ursache, aber am Ende doch eine große Wirkung. Es funktioniert wieder alles wunderbar und ein Trip zurück über den Atlantik kann mehr oder weniger wie geplant stattfinden. Die erste Truppe werde ich in Montreal einholen, abhängig vom Sommer, früher oder später. Als Aut tanker ist etwas der Unterhaltung, an die Richard um B allein zurück nach malfe насches, hat es nicht empty, aber nicht nur noch einen Kendi redet sich, soll meiner Unterhaltung Saraot. Dankeschön, Echo Schraube, expl Prozent rencont« Sicher schaut nach rundher rein, auf Volk der einen Teich kommen Ketten einsa chasing auf VD und ein Estoy bl comprendet worden. Herr sagt Euro in der A palsache einen Grund rheuch こと in Richtung der A palsache und Superprwiste ohne Liechten. 4 0 Mike, if able, keep your base inside 5 miles, for traffic to follow you, contact Tower 119.5, good day, sir. 109.5 and 4 miles final, 4 0 Mike. Jensen Tower, good day, November 1340 Mike, on a visual 32. November 1340 Mike, Youngstown Tower, runway 32, wind 270 at 8, clear to land. 32, clear to land, 4 0 Mike. Bonanza 4605 Mike, is setting up for the visual runway 32. November 4605 Mike, Youngstown Tower, number 2, runway 32, wind 260 at 12, gust 16, clear to land, traffic to follow, short final. 32, clear to land, 0 for 9. 500. November 460 Mike, right turn taxiway, Golf, remain this frequency. Right to Golf, and remain frequency, and I would like to refuel with the Jet SVO. November 460 Mike, roger, taxi to the SVO, via Golf, right turn hotel, cross runway 23, remain this frequency. Golf, right turn hotel, remain frequency, further Mike. And further Mike, request crossing runway 23. November 460 Mike, cross runway 23, a taxiway, hotel. Cross runway 23, at hotel, further Mike. Youngstown Clearance, good day, November 1340 Mike. November 1340 Mike, Youngstown Clearance cleared to the Charlie Yankee uniform, Lima Airport is filed. Climb, climb maintain 3000, expect flight level 190, minutes after departure, departure frequency, 133.905, squawk 4144. November 1340 Mike, ready for taxi, for FBO, get jets. November 1340 Mike, Youngstown Ground, runway 32, taxi via Mike, information x-rays current. Sixer on board, and runway T2 via Mike, 40 Mike. November 1340 Mike, runway 32, Mike, 30 for departure. November 1440 Mike, Alc. 298-8, turn right, heading 360, runway 32, 1260, at 1-0, clear for takeoff. November 1440 Mike, runway 32, cleared for takeoff, and heading 360, 40 Mike. November 1440 Mike, fly heading 360, contact departure. Contact departure, on heading 360, 40 Mike. Departure, I got to end November 1340 Mike, 3000 feet on a heading of 360, 40 Mike. Columbia 1340 Mike, Youngstown Departure, radar contact, turn right, direct, Alfa Romeo, Tango, climb and maintain 8,000. Right, Alfa Romeo, Tango, climb and maintain 8,000, 40 Mike. Columbia 40 Mike, area of moderate precipitation, knock there 10, 211 o'clock in 1-0 miles, about 6 miles in diameter, moving east north, flight, DVH is advised. November 1440 Mike, request 10, 20 degrees to the right. Go ahead. November 1440 Mike, deviation is ready, course approved, when able, proceed direct, Alfa Romeo, Tango, and advised. November 1440 Mike, deviation improved, welcome. November 1440 Mike, climb and maintain 5,000, 190. Climb and maintain 5,000, 190, Romeo 40 Mike. 40 Mike, contact, Cleveland Center, 120.77, have a good night. 12077, normal, 340 Mike, take care. 10 feet. Center, good day, Columbia 1340 Mike. Altitude 10,300, climbing, flight level 190. Columbia 1340 Mike, Cleveland Center, right. And Columbia 1340 Mike is able to go back direct, Alfa Romeo, Tango. Columbia 1440 Mike, when able, proceed direct, Watertown. Direct, Watertown, Columbia 1340 Mike. USA. WIBA, so to see the iPad, I have been дисolled from Montreal. Uniform LIMA. When I saw that I was in the Rosie provided, I pictured, we're very quickly on the catalzeń, I go to the hotel University. Ich bin gerade mit dem Controller gesprochen, der hat mir auf die Schnelle einen Direct-19-Flughafen gegeben. Das ist so geil hier. Keine 30 Sekunden gedauert. Einfach super. Ja, jetzt habe ich meinen Fehler sozusagen korrigiert und ich bin auf einem Direct-Nach-Hotel-Uniform. Perfekt. Man sieht hier im Golze, weil das ADS-Behrer da eine Zahl nur zur Grenze geht, dass da noch einige Ställe sind und auch sich in die östliche Richtung bewegen. Momentan die westlich vom Ziel liegende Zelle könnte sich nähern oder könnte unseren Anflug da noch beeinflussen. Aber auch nicht so riesig, als wenn wir es nicht abwachen können. Aber müssen wir jetzt beobachten. Wir haben jetzt auf jeden Fall vom Controller die Erlaubnis bekommen, nach eigenem Gutdruck zu deviaten. Und wenn es möglich ist, dann wieder Direct-Destination. So, da muss man mit einem Ohr immer noch gut suchen. Da scheinen wir Glück zu haben. Aktuell unsere Destination genau zwischen zwei Zellen eingebettet. Sodass wir dann noch problemlos rüber können. Das sehen wir auch auf der Frontkamera ganz gut. Da links und rechts eine Zelle ist. Das dann diese Zellen sind, die man... Wir sehen ja hier eine. Das ist wahrscheinlich diese Zelle dort. Und dann sehen wir ja hinten eine. Das könnte das diffuse dort hinten sein. Das sollte genau das sein. Was wir brauchen. Manchmal ist man einfach auf der Welt um Glück zu haben. At 2300 Zulu, Automated Observation, Wind 240. At 7, Visibility 9er, Pew Clouds. At 1300, 8600 scattered, 12,000 scattered, 16,000 scattered. Temperature 23, dewpoint 20, altimeter 29er, 68. IFR, Approach ILS, Runway 24R. November 1340, Mike. November 1340, Mike. Turn left, heading 330. Left 330, further, Mike. November 1340, Mike. Turn left, heading 270 to intercept. Clear at ILS approach, Runway 24R. 270, left and clear at ILS 24R. November 1340, Mike. November 1340, Mike. Contact Sainsborough Tower, 118, Decimal 4. 118, Decimal 4. Have a good night, November 1340, Mike. Mike. So, Bert Tower. Good evening, November 1340, Mike. ILS fully established, 24R. November 1340, Mike, Sainsborough Tower. Hello, Runway 24R, wins 220 at 5, altimeter 29er, 6, niner. Clear to land, Runway 24R. 29er, 6, niner. Clear to land, 2, 4, right. 4, Mike. We'll see you next week. We'll see you next week. We'll see you next week. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020